so und dann kommst du mal das Wurm und dann schießt du auf den weil es kann doch alles mal, der ist noch zu weit weg, jetzt so? 3 zumindest so und ich mach noch einmal, ja wunderbar, auf alle drauf, Bums mit dem Bögelein, warum auch nicht, ups, oh der ist instant überrollen na hab ich schon gefunden nein, 50 Sekunden über haben wir nicht mehr das ist ja traurig, das ist ja traurig a little bit too langsam aber das war ja nicht so verkehrt sag ich mal, äh cool, kriegen wir nochmal mit dem Bogen hat irgendwas, aber irgendwie nicht ich würde gerne mal dieses Auto bringen, was ist das hier eigentlich? mein Team, aktuell wird das hier erstellen speichern, ah speichern kann man das cool äh, ja, ähm feuriges Gift oder sowas klingt doch super feuriges Gift ja, bitte ok wird verwendet, ja, ist gut cool, man kann so Teams abspeichern finde ich geil wie bei Raid auch keine Kapitänsfähigkeit verfügbar keiner, keiner macht hier einen Captain ich kann dir noch Tränke geben und so ah, Leute Angriff plus 10%, Genauigkeit plus oh, verwenden kann ich eigentlich mehrere Sachen verwenden alle vermündeten Helden erhalten Kälteschaden warum soll ich mich nein Blitz ist, ah, ok ach, guck mal, dafür kann man die auch mal wenn leistendes Schaden 3 ok Gift wäre was ne äh Gift Schaden waff entweder oder mein lieber Freund ne, dann Eingriff und so ok man kann immer nur eins geben gut automatische Raubzug versuchen wir das mal gewöhnlich, selten, ewig, legendär ja, was braucht es für die Zeit einstellen einstellen üblich üblich und ja gebrauche Ausdauer bei Niederlage verlassen Energiesparmodus Barmodus aktivieren ok also mal automatisch haben wir damit erreicht jetzt hervor rausfordern zerlegen die Ausrüstung der folgenden Rüstungen ah, gewöhnlich zerlegen zerlegen nicht genügend Autoraubzug würde ich ja gut dann hey ho let's go ok man kann das später dann quasi Autokämpfen das ist äh kämpft halt jeden Tag Auto können es auch noch mal 2 machen und so weiter so jetzt machen die hier mal mal gucken ob sie schneller durchkommen als ich Manuel hier giftiges Großbums und so aber das hätte ich nicht gemacht alter das war Verschwendung hoch 10 ich meine das war echt Verschwendung hoch 10 jetzt ist das Schild da rauszufahren dann und so äh für ein Manneken und das ist wirklich näh das ist näh das ist doof das ist Autsch so mag ich nicht wenn er so sinnfrei seine Skills zu einsetzen das war jetzt relativ okay einmal allerdings drei erwischt der war mir viel zu seitlich mal ehrlich der war viel zu seitlich die hat weil der macht ja roundabout drumherum und so ne also dann noch bams Explosionsschaden ach Gott geht auf einen nur why oh why da kommen noch 50 komm weil da eine jetzt auch weg ist ja und weiter äh Heilungsverwalt bumm Gott oh die schaffen es oder guck guck oder sagen ich weiß es nicht aber die schaffen es gleich noch ja es wird trotzdem hängen es wird trotzdem hängen wenn jetzt nicht langsam mal bumm machen jetzt müsste es eigentlich komplett instant bumm machen ne ne auch nicht automatisch blablabla so schlecht war ich dann doch nicht aha so schlecht war ich dann doch nicht aber es ist cool zu nehmen und so weiter so zurück zur Welt wie es mir gefällt allerdings bin ich auch am überlegen ob ich gerade erstmal ein Päuschen einlegen äh und vielleicht später weitermachen so hier haben wir wieder Erfahrung bekommen äh ähm ja ob ich dann mal später auch noch machen ja zusätzlich bedungen ist schön ist schön äh das Ding ja soll ich mir jetzt den Kopf zerrätseln da gibt es auch noch irgendwas ja die Teile können wir auch einsammeln erhalten so hier gibt es auch wohl was Mehlreise Problemlager äh diese zwei wo geht das nicht keine Ahnung warum ist das ein roter Punkt und ich krieg nichts das meine ich ich meine eigentlich ist ein roter Punkt immer da wo du was kriegst oder ob ich da irgendwie Ausfeuerung Mehlreise nö hab ich nicht gut ich glaub jetzt nicht was die Ahnung nehmen sollen dürfte könnte tun so Reisende 15 ich würde sagen wir sind ja ein bisschen weitergekommen es wird noch sehr 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 viel 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 zick zack zuck sein um die Ecke und so okay das ist dann eben hier fürs schnellreisen oder so ne das Fremdlandriss ausgedöns glaube ich da sollen wir mal hingehen was passiert Eingang oh nein Schwierigkeitsgrad hallo können wir mit eins anfangen Team herausfordern Soler Herausforderung Herausforderung Belohnungsbonus äh Team Herausforderung werden mit einem Bonusbelohnung ja ja ist ja gut ist ja okay ist ja vollkommen ich weiß nicht was wen und warum überhaupt ich Herausforderung Gegner in diesem Kampf haben 10 Widerstand es empfiehlt sich 30 Genauigkeit zu haben naja irgendwie so war das kann ich jetzt eigentlich mein Team nehmen es ist dunkel ne böse böse und dunkel dunkelböse dunkelböse ich hab nur gesagt nein gut Null okay da würde es halb und dann würde es so gehen und die gute wird auf den gehen ne und auch so ein bisschen das Anti machen dass die so von den Flanken kommen äh umschlitzend und so machen ne also dann greife ich den an der den an und ja sieht einfach mal warum warum kann der nicht auf die Mitte gehen I don't know das hab ich noch nicht gesehen dass man das hier so zickzack machen kann äh äh im Feld ist das verwierend äh okay let's try it let's try it äh mal sehen wie es ausgeht oh wow das war das war das war das war okay bitte man ähm besser hinkriegen können aber wir können ja Fremdblasen Dubs nochmal machen level 6 warum wird der mal Schwierigkeit der Herausforderung und geht ja gleich auf 6 warum nicht 2 oder sowas gegen Herausforderung ah Freund einladen ah okay Freunde ja ich hab sowas mal irgendwo im Spiel man kann auch zu zweit äh ähm betteln cool aber kann ich Steam nicht drauf setzen ey das ist ein bisschen nervig würde ich sagen doch ein bisschen ist es nervig ja doch ein bisschen ich bin du du Vielen Dank.